Tom's Talk Time, Folge 547. Mach's einfach, zieh's durch, glaub an dich und du wirst es schaffen. Tomstalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem Herzen Oregons von der Westküste hier in den USA und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nach Wien. Bei mir im Interview ist heute zum zweiten Mal der Christian-André Genta. Chris, schön, dass du dabei bist. Lieber Tom, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein. Sehr gerne. Chris, du warst im Mai 2017 in Episode 478 schon mal bei uns und da haben wir schon über einige Superlativen von dir gesprochen. Da hast du mit Dropshipping wirklich Umsätze im hohen zweistelligen Millionenbereich gemacht und das innerhalb von einem Jahr und in der Zwischenzeit ist viel passiert und richtig geile Sachen sind passiert. Zum Beispiel hast du als der Schnellste der Geschichte im Internetmarketing den Acht-Figure-Club-Award gewonnen. Das heißt, du hast mehr als 10 Millionen Euro umgesetzt. Innerhalb von sechs Wochen hast du das geschafft mit einem neuen Funnel. Du hast fünfmal den Two-Comma-Club-Award gewonnen. Das heißt, du hast fünf weitere Funnels aufgebaut, die jeder für sich selber mehr als eine Million abgeworfen haben. Einer deiner Schützlinge, der Larry, der ist der jüngste Two-Comma-Club-Award-Gewinner weltweit. Also, lauter solche Sachen, da könnte man jetzt weiterreden und denken, mein Gott, der Chris ist eine richtig coole Sau, was der auf die Beine gestellt hat. Und heute reden wir nochmal über deine Learnings von den letzten anderthalb Jahren, überlege ich gerade, doch rund anderthalb Jahre bis heute, was sich geändert hat, warum überhaupt so dieses brutale Wachstum und was es natürlich an neuen Projekten bei dir gibt. War das so als Überblick richtig? Ja, es ist ein Wahnsinn, wenn ich es jetzt von dir höre, weißt du. Ich habe gerade vorhin so eine Gänsehaut bekommen, denn tatsächlich, das ist erst eineinhalb Jahre her und es ist unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit sich alles entwickelt. Das kenne ich ja gar nicht anders. Also seit elf Jahren, seitdem ich das erste Mal einen Gewerbeschein angemeldet habe, hat es immer so ähnlich ausgesehen. Natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber die letzten zwei Jahre waren tatsächlich ein Wahnsinn und ja, viel daraus gelernt. Und ich freue mich auch heute, einiges mit dir zu teilen und mit deinen Zuhörern zu teilen. Ja, sehr gerne. Ich glaube, das wird wieder richtig geil werden. Also wir haben auf die 478 schon wirklich richtig, richtig viel Feedback gekriegt, wo die Leute gesagt haben, hey, wo kann ich den Chris erreichen? Ich will Dropshipping von ihm lernen. Sondern es gibt einfach keinen anderen, der das Ding so rockt. Und wie gesagt, seitdem, was ich jetzt gerade hier erzählt habe, da sind ja nochmal richtige Meilensteine passiert. Vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Worte für die, die die erste Episode noch nicht gehört haben, aber wirklich nur einen groben Überblick nochmal geben. Wo kommst du her? Wie bist du aufs Dropshipping gekommen? Und was machst du jetzt heute? Also ich heiße Christian André Genter. Ich bin 29 Jahre alt. Bin Familienvater, Vater von zwei Kindern. Und habe eine ganz liebe Frau, die Alexa, die ich auf diesem Weg auch begrüßen möchte. Sie wird sich das sicher anhören. Und ich bin der Älteste... Von meiner Seite natürlich auch. Ganz liebe Grüße rüber. Ja, ich bin der Älteste von einer Flüchtlingsfamilie, die vor 15 Jahren nach Österreich gekommen ist. Ich bin ja einige Jahre im Asylantenheim aufgewachsen, habe sehr früh die Entscheidung getroffen. Es ist meine Familie, also einfach meine Familie eine bessere Zukunft zu bieten. Und eines Tages meinen Kindern stand mit dem Rücken zur Wand. Und da war es sehr einfach für mich nach vorne oder geradeaus oder bergauf zu gehen, weil das andere... Ja, ich hatte nichts zu verlieren. Und es gab für mich einfach keinen Plan B. Zum Dropshipping. Also von meinem 16. Lebensjahr, wo ich dann von zu Hause ausgezogen bin, bis zum Dropshipping, ist einiges passiert. Ich habe einige Sachen ausprobiert, bin als Personal Trainer erfolgreich unterwegs gewesen, habe dann versucht, auch eine Personal Training Agentur aufzumachen. Und war auch am Anfang sehr erfolgreich, bis ich dann darauf gekommen bin, dass ich nicht besonders viel Finanzausbildung habe. Und ja, ich habe viel gelernt, war sehr oft wieder auf weit unter Null. Ja, und als meine Frau schwanger wurde mit Heaven, mit unserer Tochter, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich ein vollautomatisiertes Business aufbauen möchte, um einfach nach der Geburt meiner Tochter halt mehr Zeit für die Familie zu haben. Und so bin ich auf Dropshipping gekommen. Ich hatte gar keine Ahnung, dass das, was ich da mache, Dropshipping heißt, sondern einfach Kontakt aufgenommen zu einigen Händlern nach China, die ich überzeugt habe, die Ware, nachdem die Kunden diese Ware über meinen Shop bestellen, ohne dass ich es auf Lager habe, eben, dass meine Händler in China die Ware direkt zum Kunden schicken. Und manche haben gesagt, ja, sowas machen wir nicht. Andere haben gesagt, ja, das machen wir schon lange mit einigen Kooperationspartnern. Und so hat sich das entwickelt, ja. Am Ende stand ich da und sage, ah, ich, mein Businessmodell heißt Dropshipping, ah, cool. Und ich habe es dann einfach perfektioniert. Und mittlerweile ist Dropshipping ein Teil meiner Tätigkeit, aber nicht mein Hauptteil. Also in der Zwischenzeit sind viele Sachen, viele neue Projekte dazu gekommen. Das Online-Business ist sehr komplex geworden. Und ja, es bleibt spannend. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich jetzt schon mal eine spannende Aussage. Ich meine, wenn wir jetzt über Dinge reden, dass du mehrere Multimillionen Euro-Funnels aufgebaut hast und jetzt sagst, na ja, das Dropshipping ist ja nur noch ein kleiner Bereich von meinem Business. Wie schaut denn dann der große Bereich von dem Business aus? Was ist denn da jetzt im Hintergrund alles passiert? Also ich glaube, wir haben heute nur 45 Minuten Zeit oder eine Stunde Zeit. Ich würde gerne alles mit euch teilen. Es ist viel passiert. Also mittlerweile bin ich Mitgründer von Savendo, Savendo AG, ein Unternehmen mit über 1.000 Kooperationspartnern im deutschsprachigen Raum, in Deutschland und Österreich, wo wir Handyladestationen produzieren. Das heißt, ich mache im Haus Softwareentwicklung und Produktion, Hardwareentwicklung und Produktion. Wir produzieren Computer, Hardware in Deutschland. Also made in Germany, beste Qualität. Und haben die schönste, schmalste Handyladestation der Welt, die in den besten Lokalen, hauptsächlich Gastronomie, in Deutschland und Österreich hängen. Und die haben einen Werbescreen. Und über diese Werbescreens schalten wir Werbung. Heute habe ich eine Reichweite von 125 Millionen Interaktionen im Monat mit 1.000 Kooperationspartnern, wie gesagt. Und Ziel ist es, bis Ende 2020 auf 20.000 Kooperationspartner aufzustocken. Und es sieht sehr gut aus. Wir haben eine sehr hohe Nachfrage, kommen mit der Produktion kaum hinterher. Und ich plane einige spannende Dropshipping-Kampagnen direkt jetzt über meinen eigenen Kanal, eben über diese eigenen Werbescreens. Ich liebe Facebook und Instagram und YouTube und super gute Plattformen, die mir geholfen haben, heute hier zu stehen, wo ich stehe. Aber es ist halt jetzt noch viel schöner zu wissen, dass ich diese 125 Millionen Interaktionen im Monat rein über meine eigenen Werbescreens erreiche. Und ja, die Reise bleibt spannend. Absolut. Mir ist gerade so ein bisschen der Mund offen stehen geblieben, wo du gesagt hast, 125 Millionen Interaktionen pro Monat bei 1.000. Ich habe jetzt mal direkt schnell gerechnet. Und ich hoffe, ich habe mich auf die Schnelle nicht verrechnet. Das würde ja bedeuten, wenn dein Ziel ist, bei 20.000 Partnern, wenn man das jetzt linear hochrechnen würde, dann würden wir von 2,5 Milliarden Interaktionen pro Monat. Genau, genau, das ist richtig. Das ist auch eine bescheidene Rechnung, denn es wird so gerechnet, dass nur 60 Prozent der Kunden, also der Gäste in einem Lokal die Werbung sehen. Allerdings sind die Zahlen viel höher, denn ich habe einige, ja, also an der Werbung selbst, viele Muster unterbrechen. Wir schaffen eine sehr starke Musterunterbrechung und die Werbescreens, die wir verwenden, sind so produziert, dass die Aufmerksamkeit der Gäste im Lokal halt sehr, sehr leicht gewonnen wird. Ja, wieso soll ich das? Also ich hoffe, ich habe mich ausdrücklich... Ich habe alles verstanden, was du meinst, genau. Dass halt die Aufmerksamkeit auf die Dinger gelenkt wird, dass die Leute bewusst sind, die auch wirklich wahrnehmen und die nicht mehr so runtergehen. Ja, genau. Und das wird mit 60 Prozent gerechnet. Also wie gesagt, die Berechnung ist bescheiden, aber das ist richtig. Wir werden mit 20.000 Screens bei 2,5 Milliarden Interaktionen. So oft wird die Werbung konsumiert über die Werbescreens. Also das ist schon spannend, ja. Das ist schon top. Okay, das heißt aber, dass du angefangen hast, hast du ja mit Dropshipping, das heißt mit einem Business, wo man in Anführungsstrichen ohne Startkapital reingehen kann und das hattest du ja ursprünglich auch nicht gehabt, weil du hast ja gesagt, du hast Geld verdient, dann warst du wieder pleite, dann hast du wieder Geld verdient, warst wieder pleite, hattest Schulden und, und, und. Dann hast du das Dropshipping aufgebaut mit nichts in Anführungsstrichen oder mit ein paar Euro 50, hast damit wirklich etliche Millionen gemacht und jetzt hast du einige Millionen, die du jetzt dann praktisch wieder anfangst zu investieren und hast da jetzt wieder eine neue Firma aufgebaut, die jetzt diesmal aber, bitte nicht falsch verstehen, die jetzt diesmal Hand und Fuß hat. Ich meine, natürlich hat Dropshipping auch Hand und Fuß, aber Dropshipping ist halt nicht greifbar, also im gewissen Sinne, weil das ja noch ein reines Online-Business ist und jetzt hast du den Switch geschafft, vom Online-Business rüber in einen gewissen Sinne Offline-Business, auch wenn das Online-Tools sind, aber in ein richtiges Hardware-Business, dass du dort auch Dinge selber produzierst. War das für dich der logische Schritt, dass du jetzt das Geld nimmst und in Hardware investierst? Weil theoretisch hätte man ja auch sagen können, ich baue einfach noch zehn weitere Funnels, die mir jeweils ein paar Millionen abwerfen. Da liegst du vollkommen richtig und ich, ab einem gewissen Punkt wusste ich, okay, ich habe einfach finanziell alle Ziele erreicht, die ich hatte. Und dann hast du einfach ein Verlangen danach, etwas zu schaffen, was einfach ewig hier bleibt. Und wenn ich heute mit jemandem über Dropshipping rede, der keine Ahnung vom Online-Business hat, dann wird es, also es ist meistens so, dass es 99 Prozent der Menschen Dropshipping ja gar nicht sagt. Ja, oder sogar noch, ja, die Prozentzahl ist sogar noch höher. Und natürlich, heute, wo ich mit Savendo stehe, wenn ich sage, tausend Kooperationspartner, große Namen wie die gesamte Sausalito-Kette zum Beispiel in Deutschland oder den Sonny Center am Potsdamer Platz als Kooperationspartner zu haben in Berlin oder Melia Hotel und Hutas. Es ist schon eine komplett andere Liga, neue Herausforderungen, viele Kopfschmerzen auch gehabt, aber das ist auch etwas, was man als Unternehmer so braucht, beziehungsweise das ist etwas, was mich so antreibt und motiviert hält und wo ich auch selber dran wachse. Und an Dropshipping konnte ich nicht mehr wachsen. Also ich habe viel gemacht, viel gelernt und irgendwann hieß es, wenn du einen Profi suchst, musst du mit Genta reden. Der ist der Beste. Und ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Zeitpunkt war es halt so, okay, ich muss was Neues finden, das gibt es nicht. Ja, so ungefähr. Ja, dann natürlich in der Zwischenzeit, jetzt bin ich auch zum zweiten Mal Vater geworden, vor fünf Monaten knapp. Und dann, es entwickelt sich ja alles so weiter und mein größter Traum ist immer gewesen, einfach Vater zu werden. und dann, und dann, und ja, erfolgreich unternehmen, um es einfach, meine Familie halt eine schöne Zukunft bieten zu können. Und da, es tut sich ja so viel, da denke ich mir, gut, wie lange möchte ich das machen? Ich möchte ja auch irgendwann meine Enkelkinder halt zeigen können, was ich da alles, was ich ja alles die letzten Jahre gemacht habe. Und es ist, es ist für mich auf jeden Fall die logische Entscheidung gewesen, jetzt auch etwas zu haben, was man angreifen kann. Heißt aber nicht, dass ich ja, ich bin nach wie vor leidenschaftlicher Online-Unternehmer und lerne viel dazu, probiere viel aus und habe ein super Team hier in Wien und in Deutschland und in Dubai. Also es wächst alles. Online werden wir auch jeden Tag besser und lernen dazu und haben auch da einige Projekte, die echt spannend sind. Wo du jetzt gerade das Thema Team ansprichst, wir haben wir jetzt, wir reden jetzt wirklich hier gerade von Zahlen, die eigentlich schon fast jenseits von Gut und Böse sind, also die für viele Menschen schon so utopisch sind, wo die sagen, boah krass, das ist fast nicht vorstellbar, sowas zu machen. Das hast du ja, gehe ich mal davon aus, nicht alles alleine geschafft. Richtig. Wie war der Anfang dabei, wo du mit Dropshipping angefangen hast? Was ist rückblickend jetzt aus deiner Erfahrung möglich, alleine zu schaffen? Also in welche Umsatzbereiche kann man alleine hinkommen, bevor man anfängt, wirklich ein größeres Team aufzubauen? Es ist die Frage halt, aus welcher Branche kommt man selbst, was hast du so drauf? Ich glaube, ich hätte niemals so viel Erfolg am Anfang gehabt, wenn ich ja nicht aus der Online-Marketing-Branche gekommen wäre. Also als ich mit Dropshipping gestartet habe, wusste ich ganz genau, wie man Ads schaltet, wie man Zielgruppen definiert, wie man sie targetiert, wie man sie retargetiert, wie man eine Custom Audience erstellt und Pixels und das ganze Zeug wusste ich ja. Ich wusste, was muss der unterbrechende Werbung heißt, wie man sie erstellt, wie man ein Skript halt schreibt und wie man eine Story erzählt. Und da habe ich auch im Dropshipping, habe ich auch keine dramatische Geschichte zu erzählen, wo ich jetzt sagen kann, boah, da hast du 10.000 verloren, dann 100.000, ich weiß nicht, nein, sondern ich habe es gemacht, das hat geklappt. Es hat deswegen geklappt, weil ich all diese Sachen wusste. Und ich sage, natürlich, wenn du heute ganz alleine startest, ist die Frage, okay, was hast du davor gemacht? Wenn du davor halt nichts in der Richtung gemacht hast, hast du noch nie eine Ad geschaltet hast und und und, dann wird das halt ziemlich, ja, es wird ziemlich schwer. Wenn du weißt, wenn du Online-Marketing beherrschst und Ads schalten und all das, dann natürlich kannst du dir mit zwei, drei Freelancer ein Millionen Business aufbauen, auch alleine ohne ein Team vor Ort. Also mittlerweile gibt es ja so viele Möglichkeiten. Viele Leute fragen mich, hey, ist es 2018 noch möglich? Ich sage, ja, ja, heute 2018 ist es leichter wie 2015. Es ist so, ja, es gibt viel bessere Tools, du hast viel bessere Möglichkeiten, halt an Traffic zu kommen, vor allem auch die ganzen, die ganzen Bestimmungen jetzt. Viele sehen, sehen das, was Facebook macht, dass sie den Algorithmus einfach strenger, der Algorithmus jetzt einfach strenger, sie sehen es als Nachteil. Tatsächlich ist es ein Nachteil für diejenigen, die sich da nicht auskennen, aber wenn du die richtigen Skills beherrschst, ist es ein Vorteil. Ich sehe es heute als Vorteil, viel Konkurrenz ist jetzt einfach weg vom Markt, aber gleichzeitig haben wir so viel mehr Möglichkeiten, an Kunden zu kommen. Und ja, also wie gesagt, alleine kannst du auf jeden Fall ein Millionen-Business aufbauen, wenn du ja schon Online-Marketing-Skills beherrschst. Oder du sagst, okay, keine Ahnung, ich mache mal eine Ausbildung in der Richtung, hole mir zwei, drei Freelancer, die einfach eine Beteiligung bekommen oder einen Stundensatz. Ich habe teilweise mit Freelancer gearbeitet, die für 10 Dollar die Stunde richtig gute Arbeit liefern. Und natürlich muss man da halt suchen und gucken und probieren, aber dann hast du zwei, drei Leute und die sind loyal, die liefern. Und ja, am Ende natürlich, wenn du skalieren möchtest, vor allem, ich wollte ja alles im Haus haben. Mich hat das ja auch so interessiert. Ich wollte Video-Production im Haus haben. Ich wollte den gesamten kreativen Prozess lernen, dabei sein, ein Gefühl dafür bekommen, auch wenn ich jetzt nicht vor dem PC sitze und die Videos selber schneide, aber ich wollte es einfach lernen. Es waren für mich so Emotionen, auf die ich nicht verzichten wollte. Es ist cool, mit Freelancer zu arbeiten, aber für mich war es einfach noch viel cooler, alles im Haus zu haben und diese Menschen, um mich herum zu haben. Ja, also deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, hey, ich mache mich auf die Suche nach Partner, nach Mitarbeiter, Mietunternehmer. Wenn du jetzt sagst, dass man das mit zwei, drei Freelancern schaffen kann, aus welchen Bereichen sollten die kommen? Also was müssen die können, die Freelancer? Sie müssen kreativ sein. Sie müssen kreativ sein. Sie müssen, also Videos funktionieren halt am besten, Video-Ads funktionieren am besten und du musst einen Freelancer haben, der Geschichten erzählen kann durch Videos, die kreativ sind, die ein Gefühl einfach dafür haben und die sich selbst auch einbringen. Meistens ist es halt so, wenn man jetzt auf Fiverr geht, dann hast du natürlich viele Angebote, aber die Freelancer erwarten es von dir, dass du ihnen ein Skript schickst und dann machen sie es einfach. Da kommt nicht immer das Beste dabei raus. Wenn du aber Leute hast, die sich mit einbauen, wo du sagst, hey, lass uns mal skypen, pass auf, ich erzähle dir mal die Geschichte, was ich vorhabe und würde ganz gerne von einem Experten auch Tipps, Verbesserungsvorschläge, was auch immer, und die bringen sich dann selbst mit rein, dann macht das schon mehr Sinn. Und die anderen beiden dann? Oder würdest du alle zwei bis drei Freelancer in diesem Videobereich suchen? Also einen kreativen Menschen ist super wichtig und dann ist es halt so, dass man das vollfilmend und es sind halt so logistische Sachen, die du ja selber nicht machen willst, wenn es halt darum geht, auch jetzt Kundensupport zum Beispiel, die E-Mails erstellen, wenn was nicht klappt mit der Rechnung oder was auch immer, das kann man alles outsourcen. Das ist auch etwas, ich sage, wenn du dir ein Online-Business aufbauen möchtest, solltest du dir nicht Arbeit antun, sodass du kein Leben mehr hast. Und da gibt es genug Leute, die super dankbar sind und happy sind, dass sie das für dich tun können und sie so ihr Lebensunterhalt verdienen. Und ja, also die ganzen bürokratischen Sachen rund ums Business kann man alles outsourcen. Okay, also das heißt, einmal brauchen wir unseren Kreativen für die Videoparts oder für die Video-Ads, um sowas zu machen. Dann brauchen wir ein bis zwei Leute, die dann praktisch diesen ganzen Support drumherum machen, vom Kundensupport, Rechnungsstellung und was weiß ich nicht alles. Ja, genau. Ja, mittlerweile gibt es auch viele, die für dich zum Beispiel Marktanalyse übernehmen und Produkte aussuchen und einfach trendige Produkte und die Ads analysieren. Das heißt, was gibt es so am Markt? Was funktioniert gut? Was funktioniert weniger gut? Was können wir noch besser machen? Ja, dann nimmst du dir jetzt fünf Ads auf Facebook, die gut performen und analysierst sie und dann weißt du, okay, gut, in welche Richtung müsste ich gehen, damit ich Resultate erziele. Fünf Ads, die gut performen, jetzt von meinen eigenen Ads oder von fremden Ads, die ich einfach nur sehe? Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, einfach über Tools andere Ads, fremde Ads zu analysieren. Ja. Ah, okay. Das ist natürlich besonders sexy. Ja, was macht die Konkurrenz? Wie sind die Ads-Pans? Also, was geben die aus für Traffic? Und welche Zielgruppe targetieren sie? Und, und, und. Was viele aber falsch machen, sie nehmen da diese Spy-Tools her und, ja, und, und kopieren alles eins zu eins. Das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht, weil derjenige, der es macht und gut macht, ja, der, der hat die Zielgruppe schon bei sich. Also, der, der beliefert die, 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 die Kunden mit, mit allem, was sie brauchen. Jetzt, jetzt musst du gegen einen Pro antreten und wirst höchstwahrscheinlich haufenweise Geld ausgeben, ohne Resultate zu erzielen. Aber, man kann sich ja Sachen abschauen und gucken, okay, was funktioniert, was kann ich ja einbauen bei mir, aber eins zu eins alles zu übernehmen und zu kopieren, hat nie wirklich funktioniert. Glaube ich, wird auch nicht funktionieren. Also, aber inspirieren lassen, einfach inspirieren lassen und schauen, ja. Es bringt schon sehr viel, ja. Worauf, wenn wir jetzt gerade dabei sind, worauf muss man denn da speziell achten? Was sind denn so diese, ich sag mal so diese Top 2, 3 Fehler, die man da machen kann bei solchen Ads-Schaltungen? Wenn ich jetzt, ich sag mal, ich hab fünf Ads analysiert von erfolgreichen Mitbewerbern und will jetzt hingehen, okay, meine eigene Ads zu folgen. Ein Fehler, hast du schon gesagt, ist dieses eins zu eins kopieren. Was sind noch so, zwei Sachen, wo du sagst, das ist auch so ein No-Go, sollte man nicht tun? Ich sag, Ads zu kopieren ist ja schon No-Go genug, aber ich kann dir mal kurz erklären, wie ich vorgehe und was extrem gut funktioniert. Das ist auf jeden Fall mal ein Golden Nugget, denn es ist halt so, du kannst ja, wenn es ums Ad-Setting geht, brauchst du gar nichts dazu, brauchst keinen Kurs dazu und gar nicht. Du gehst auf Facebook, Business Manager und Facebook erklärt dir ganz genau, wie man Ad-Setting betreibt. Aber Content macht 80% des Ad aus, also des Erfolgs, ja. Du brauchst guten Content. Und oft ist es halt so, man bildet sich ja selber ein, okay, gut, dieses Produkt kommt super gut an und mein Video ist super und ich finde es super cool, aber das heißt nicht, dass das Publikum es genauso sieht. und ich mache, also was gut funktioniert, ja, ich habe jetzt ein Video fertig und gehe nicht so ins Detail, also targetiere nicht so ganz scharf, sondern mache einfach random, targetiere sehr, sehr breit und gucke einfach mal durch Video Views, ja, wie die Leute halt da drauf reagieren, auf die Ad, ja. Video Views ist einfach die günstigste Möglichkeit, einfach mal ein Video zu testen und zu gucken, wie kommt das an, wie ist das Interesse da draußen, ja, und dann kann man auf Interaktionen gehen, ja, oder Klicks, Link-Klicks und ich teste erst mal, schaue, wie mein Publikum da drauf reagiert und erst anhand dieser Zahlen, die ich von Facebook bekomme, wo ich genau sehe, okay, Männer zwischen 25 und 45 haben, also finden meine Ad relevant, wer, anhand dieser Zahlen, anhand dieser Ergebnisse, fange ich an, meine Ads dann richtig zu setten, also richtig zu targetieren und gehe dann auf diese Zielgruppe, gehe dann stark auf diese Zielgruppe, schaue, dass ich 100 Käufer generiere und nachdem ich diese 100 Käufer generiert habe, schalte ich eine Lookalike Audience, also gehe auf Lookalike Audience und da kannst du nichts mehr falsch machen, ja. Okay, cool, okay, cool, also das heißt, der erste, der erste Weg ist wirklich bereit reinzugehen und einfach mal zu gucken, wer klickt überhaupt die Dinger. Genau, ja, mal schauen, weil du kannst ja da, weißt du, wir haben oft, ja, stundenlange Brainstorming und Mastermind-Stunden im Büro und überlegen uns, okay, wie, wem targetieren wir jetzt genau und dann machst du es und hast keine, nicht die Resultate, die du haben möchtest, du sagst, okay, dann lassen wir einfach mal unser Publikum entscheiden, ja, gehen breit und gucken, wer wirklich Interesse hat, ja, und anhand dieser Daten targetieren wir dann und packen dann mehr Geld auch in die Werbung und, ja. Na gut, dann weiß man halt, dass es auch funktioniert, ja. Ja. Wo wir jetzt gerade schon über so No-Gos und Go's sprechen und über Fehler, die man halt so machen kann und jetzt nochmal so die letzten anderthalb Jahre Revue passieren lässt oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, was war denn so bisher dein größter Fehler, den du aus unternehmerischer Sicht jetzt rückblickend getan hast oder gemacht hast und wie ist es dazu gekommen, dass er passieren konnte? Also als Unternehmer habe ich ja haufenweise Fehler gemacht, aus sehr vielen Fehler habe ich, also aus den meisten habe ich gelernt und wenn ich jetzt einfach nur die letzten zwei Jahre Revue passieren lasse, wo so viel passiert ist, habe ich, ja, ein Fehler hat mich halt immer wieder so eingebremst, denn ich arbeite irrsinnig gerne im Team, ich mag Menschen, ich habe gerne Leute um mich und es ist natürlich, als es bekannt wurde, dass der Christian André Genta da im Online-Business gut unterwegs ist, haben sich haufenweise Menschen gemeldet und haben gesagt, ich bin bereit, ja, Tag und Nacht für dich zu arbeiten, nur um von dir zu lernen und ich will und ich kann so viel und habe schon so viel gemacht und ich bin bereit, da meine Zeit zu investieren und Teil des Teams zu werden und ich fand es ja am Anfang Wahnsinn, also ich war überwältigt zu sehen, wie viele Menschen da Interesse zeigen und ich habe dann gemeinsam mit Larry und Matthias und Chris, wir waren halt so ein eingespültes Team, haben wir begonnen, einfach Leute nach Wien einzuladen, habe zwei Büros gemietet, habe dann alles eingerichtet und es den Leuten einfach, ich habe geschaut, dass es sehr gut geht und dann hast du Leute bei dir im Büro sitzen, die einfach mit der Geschwindigkeit nicht mithalten können, weil sie ja nicht wirklich bereit gewesen sind zu arbeiten, sondern dachten, ich komme nach Wien, ich lasse mich jetzt einfach von dieser, keine Ahnung, Millionärkrankheit anstecken und da bin ich ja selber Millionär und du musst nicht viel machen und dann heißt es ja, ich habe keine Zukunftsperspektive oder weißt du, also ich habe mit so Bewerbungsbogen gearbeitet, habe die rausgeschickt und dann kriegst du die zurückgeschickt, wo sich da jeder als der nächste Gary Vaynerchuk verkauft und dann sitzt er bei dir da und sagt, ich habe mein Studium geschmissen und meine Wohnung gekündigt in Deutschland und jetzt bin ich in Wien und ich bin bereit, was zu machen und Gas zu geben und dann kommst du drauf, der hat nichts drauf und dann sage ich, hey, okay, wir müssen ja, weißt du, ich habe mir vor einiger Zeit Karate Kidang geschaut und dann geht es um diesen kleinen Jungen, der da Kung Fu lernen möchte und sein Meister lässt ihm tausendmal immer wieder diese Jacke halt vom Boden aufheben und aufhängen und er denkt sich, hey, was will der mir beibringen, ja, dass ich will Kung Fu lernen und nicht, wie man eine Jacke aufhängt und so, aber da musst du halt bereit sein, eben diese Sachen zu machen, um halt dein Ziel erreichen zu können, also so wie im Kleinen, so im Großen und das hat mich natürlich sehr, sehr, sehr gebremst, weil ich habe versucht, halt für jeden, mein Freund zu sein und da zu sein und zu schulen und zu unterrichten, aber die meisten waren einfach nicht bereit, das zu tun, was man tun muss, um dort hinzukommen, wo man hin möchte und ja, also das war so einer der größten Fehler beziehungsweise da musste ich daraus lernen, denn ich habe mich immer und immer wieder überzeugen lassen, dass der nächste Online-Marketing-Superstar antanzt und ja, war nicht der Fall. Waren das dann eher Leute, die, ich sage es mal, einfach wirklich bewusst faul waren, die, keine Ahnung, nach drei Stunden am Tag gesagt haben, oh, ich kann nicht mehr, ist genug oder waren das welche, die es einfach wirklich nicht konnten von den fachlichen Fähigkeiten her? Nein, ich glaube, die gesamte Branche so ein bisschen an sich ist da schuld, weißt du, weil es waren Jungs, die viel Content konsumiert haben auf YouTube und überall und dann wird das immer alles so propagandiert, vor allem in der Online-Marketing-Branche, hey, da diesen Kurs und in drei Monaten bist du Millionär, Online-Millionär oder was auch immer und die dachten sich, okay, wenn ich es schaffe, jetzt Christian davon zu überzeugen, mich nach Wien zu holen und dann in seiner Nähe zu sein und so, dann werde ich ja, dann muss das ja viel, 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 viel schneller gehen und viel einfacher. Aber eben was, was ich da, was ich die meisten da ja nicht gedacht haben, ist, dass es Arbeit ist und dass es oft, ja, einfach Eigeninitiative gefragt wird und dass sie Verantwortung übernehmen müssen und ja, also viele hatten ja nichts drauf, die haben davor komplett was anderes gemacht und waren jetzt auch eben nicht bereit, bei Null zu starten und einfach dieses Prozess durchzuarbeiten und ja, besser zu werden, sondern sie dachten sich, das ist alles so super easy, man erstellt so einen Shop und dann funktioniert das und dann macht man halt 10.000, 20.000 Euro Umsatz am Tag oder so, ja. Glaube ich jetzt im Nachhinein und nach vielen Gesprächen, wo ich mich von einigen Leuten auch verabschiedet habe und sie sagen, ja, ich habe das ja alles anders gesehen. Ja, wie denn? Ich dachte, das geht alles ja viel, viel, viel schneller. Ich sage, ja, du hast nichts gemacht, ja. Ja, das stimmt auch, ja. Ja, ich habe, das ist, weißt du, oh Gott, ja. Aber, aber es ist ja, also heute sind wir viel, viel besser aufgestellt, denn im Endeffekt habe ich ja Folgendes gemacht, gemeinsam mit Larry, gemeinsam mit... Genau, wie die Lösung gestern ausschaut, wie du das jetzt heute und dann machst. Genau, ja, gemeinsam mit Larry und mit Torben und mit Ford. Das sind, 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 Torben und Ford zum Beispiel kamen ja zu mir nach Wien auf ein Charity-Event, den ich im Dezember veranstaltet habe und die saßen da und haben sich daran beteiligt und anschließend kamen sie zu mir und sagten, hey Chris, wir würden ganz gerne mit dir zusammenarbeiten, für dich arbeiten, wenn du irgendwas hast, wir würden alles machen und wollen da Vollgas geben und sie hatten mir dann auch so ein super cooles Bewerbungsvideo geschickt, sie hatten ein Video aufgenommen und ein Funnel erstellt, um mir einfach zu zeigen, dass sie schon, so wie sehr sie das wollen und da habe ich gesagt, weißt du was, ich habe da ein ganz gutes Gefühl, lass machen, sie sind gekommen, wir haben gemeinsam innerhalb kürzester Zeit ein Projekt auf die Beine gestellt, ein Funnel und sie sind zwei Monate später Two-Komma-Mitglieder geworden, also sie hatten den ersten Funnel mit über einem Millionen Dollar Umsatz und Anfang des Jahres saßen wir da gemeinsam, ich, Larry, Torben und Ford und wir hatten so viele Anfragen, Anfragen von Menschen, die ein Coaching haben wollten oder eben von vielen, die gefragt haben, kann ich vorbeikommen, kann ich Assistent oder kann ich da Praktikant werden und ich habe gesagt, hey, ich möchte da keine Zeitverschwendung mehr mit Leuten, wo ich eben nicht wissen kann, im Vorhinein, haben sie was draus oder nicht, dann lass uns einfach gemeinsam unsere gesamte Expertise in einem Coaching reinstecken, in einem Video Training und wir lassen die Leute da einfach diese Ausbildung durchlaufen, anschließend, wenn sie dann immer noch mit uns zusammenarbeiten wollen, wissen wir, dass sie perfekt ausgebildet sind, dass sie gut drauf sind, dass sie einfach genau wissen, wie diese Prozesse halt aufgebaut werden und das haben wir dann auch gemacht, in der Zwischenzeit bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich das Ganze auch noch akkreditiert haben möchte und jetzt ist es halt so, dass wir eine Online-Akademie haben, die auch noch staatlich akkreditiert sind, wo ich einfach jeder, der mit mir zusammenarbeiten will, mit meinem Team zusammenarbeiten möchte, Teil des Zeitgeist-Marketing- Teams sein möchte, geht diese Ausbildung durch, anschließend legt er eine Prüfung ab und bekommt eine Garantie, dass wenn er die Prüfung positiv absolviert, Teil des Teams wird und das klappt hervorragend, weißt du, die machen diese Ausbildung durch, die ist super detailliert, über 300 über 300 Lektionen, anschließend hat man eben auch die Möglichkeit, eben diese Prüfung abzulegen und Online-Marketing-Experte zu werden mit einer Lizenzierung, ISO-Lizenzierung, die international anerkannt ist, eben Online-Marketing-Experte und mit Schwerpunkt dann auch Dropshipping, Amazon FBA, Affiliate-Marketing und Marketing-Agentur, da decken wir alles ab und das Coole daran ist, es ist ja auch so, dass der eine oder andere, der macht die Ausbildung durch und sagt, weißt du was, ich bin so gut drauf jetzt, ja, ich kenne mich aus, ich ziehe mein eigenes Ding durch und das ist für mich auch super in Ordnung, weil ich sage, okay, es ist besser, wir haben das eben gut strukturiert, super einfach erklärt, in einem Ausbildungssystem, also so Videokurs reingepackt und und müssen nicht die Zeit unserer Zeit mit den Leuten halt jetzt nicht verschwenden, aber unserer Zeit investieren, immer wieder aufs Neue, nur damit dann einer sagt, drei Monate, sechs Monate später, ich gehe jetzt und ziehe mein eigenes Ding durch, ja, so können sie es machen. Oder es eben nicht durchzieht. Oder es zieht nicht durch, genau, richtig. also das heißt, du hast das Problem gelöst, indem du eine eigene Ausbildung ins Leben gerufen hast, das heißt, du hast dir überlegt, was muss derjenige können, um eben erfolgreich das Ding alleine oder mit dir gemeinsam im Team aufziehen zu können, das heißt, was erwartest du, hast daraus eine Ausbildung gebaut, lässt die Bewerber praktisch dann durch diese Ausbildung laufen, diese Ausbildung ist auch gleichzeitig noch staatlich anerkannt. Richtig. Genau, und nach der Ausbildung kann derjenige dann selber entscheiden, ob er sagt, jup, ich fand das so geil, ich will hier im Team bleiben beim Chris oder dass er sagt, nee, ich habe jetzt alles Wissen und ich baue mir jetzt selber meine eigenen Two-Kammer-Funnels auf und so weiter. Ja, oder er sagt, weißt du was, ich bin ja gar nicht der Unternehmertyp, aber ich möchte für Red Bull in der Marketingabteilung arbeiten, dann hat er auf jeden Fall anschließend mit einer Lizenzierung, mit dieser Akkreditierung einen komplett anderen Marktwert, ja, wenn er sich dann wo bewirbt und kann Projekte halt voll am Tisch legen und sagen, schau, das ist meine Expertise, die Kampagnen habe ich während meiner Ausbildung, denn die Ausbildung ist halt so aufgebaut, dass die, dass die eben die Teilnehmer aktiv mitarbeiten und Projekte umsetzen, während sie am Lernen sind und anschließend, wenn einer sagt, okay, ich bin ja kein Unternehmer, ich will jetzt kein eigenes Business, ich habe viel gelernt, ich werde Teil des Zeitgeist-Marketing-Team, da hat er dafür eine Zusage schon von Anfang an bekommen oder er sagt, weiß ich nicht, ich will für Red Bull arbeiten in der Marketingabteilung, ja, kann er machen, hat er auf jeden Fall bessere Karten und bessere Chancen gegenüber einer Absolventin der Marketing-Universität, also auf jeden Fall. Das war jetzt auch nochmal interessant, was du gesagt hast, das heißt, das ist kein reiner Online-Kurs, diese Ausbildung, sondern der geht zwar online durch, aber das ist mehr so ein Hybrid, wenn man das so nennen kann, das heißt, er schaut sich online die Videos an, setzt dann aber wirklich praktisch mit dir und mit deinem Team auch bestimmte Dinge um, das heißt, er wird dann wahrscheinlich selber auch irgendwelche Ads erstellen oder aufbauen und so weiter, oder? Ja, genau. Ja, lernt sogar, wie man eine Agentur von Null auf aufzieht, ohne Kapital, um einfach Kapital zu erwirtschaften für größere Projekte, zum Beispiel, wenn du heute sagst, ich möchte ein Amazon-FBA-Business aufbauen, Amazon-FBA kannst du nicht ohne Kapital starten, das ist ja unmöglich, du musst die Ware erstmal importieren, du musst sie nach Amazon ins Lager schicken, du brauchst Kapital, du kannst aber Affiliate und Marketing-Agentur, wenn du es richtig machst, kannst du ohne Kapital dir schön was erwirtschaften, um dann eben dich breit aufzustellen, Amazon-FBA zum Beispiel, ein Amazon-FBA-Business zu starten, ja, wir haben Studenten, wenn ich sie so nennen kann, ja, die eben eine Marketing-Agentur haben, ja, und gleichzeitig im Dropshipping halt ihre 3.000 bis 5.000 Euro Umsatz am Tag machen, ja, die hatten vor einem Jahr keine Ahnung vom Online-Business beziehungsweise einige Sachen ausprobiert, aber nirgendwo wirklich Geld verdient und das ist spannend, also da, vor allem für mich, weißt du, wie ich das sehe, jetzt im Nachhinein, ich weiß, ich hoffe, das kommt nicht so egoistisch rüber, aber ich sage, hey, eigentlich habe ich das Ding nicht für die anderen gemacht, sondern für mich, denn ich sehe so die Möglichkeit darin, einfach an neue Unternehmer ranzukommen, die ich als Partner gewinnen kann für mich, ja, also ich habe da einige Beispiele, wenn ich jetzt Manuel zum Beispiel hernehme, da bin ich ein Teilnehmer aus Wien, der hat losgelegt, ich hätte mir niemals gedacht, dass ich vielleicht mal eines Tages mit ihm zusammenarbeiten werde und dann legt er los und setzt alles um, hat ein Online-Business, macht seine 5.000 Euro Umsatz am Tag, ist gerade dabei, seine Agentur richtig aufzubauen und ich denke mir, weißt du was, ich glaube, der wird mal mein Kooperationspartner werden in den einen oder anderen Business und das ist schon spannend, ja, also wenn ich diese Ausbildung nicht gehabt hätte, dann wäre ich auch an diesen Leuten nicht rangekommen und das ist die Sache schon super cool. Ja, das ist von diesem Dreh, den du gemacht hast, das ist eigentlich super clever, dass du selber so eine kleine Elite-Ausbildung gestartet hast oder ins Leben gerufen hast. Wie lange dauert denn diese Ausbildung, wenn ich die jetzt durchlaufen wollen würde? Es kommt natürlich darauf an, wie gebunden man ist sonst, also welche Verantwortung man sonst hat, ja, wenn du natürlich heute... Also es geht um Teilzeit und nebenberuflich. Ja, ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, also man kann jetzt, wenn du jetzt eingestellt bist, 40 Stunden die Woche arbeitest, dann brauchst du natürlich ein bisschen länger, bis du da durch bist, wenn du sagst, okay, gut, ich ziehe das Ding komplett durch, ich habe sonst keine Verantwortung und keine Verpflichtungen, gar nichts, dann geht es natürlich schneller und die Frage ist halt auch, wo, ja, wo startest du? Startest du komplett bei Null oder hast du schon was gemacht und hast du Kapital, hast du kein Kapital, es sind alles so Sachen, denn wenn du natürlich diese Ausbildung startest, du hast dann kein Kapital, dann wirst du erst mal mit Affiliate und eine Marketingagentur Kapital erwirtschaften, das dauert dann sechs, sechs bis zwölf Wochen und, ja, das, aber ich bin der Meinung, dass ein Jahr, ja, zu planen, auch richtig, richtig, dann richtig gut aufgestellt zu sein, ist nicht verkehrt, dass du sagst, okay, gut, weißt du, ich nehme jetzt ein Jahr her, du wirst, du wirst erwirtschaften, du wirst Umsätze machen nach einigen Wochen, aber, aber ich würde einfach ein Jahr planen, um am Ende wirklich als professioneller Online-Marketer oder Dropshipping-Experte da zu stehen, ja, das braucht alles ein bisschen Zeit, Sachen, die ich vor eineinhalb Jahren gemacht habe, wo ich so euphorisch gewesen bin, auch in unserem ersten Interview, oh Gott, wenn ich mir das anschaue, ich muss mir am Kopf greifen, ich denke mir, wie dumm bin ich denn gewesen, ja, obwohl es damals alles so richtig, es war richtig und es ist super und hat auch geklappt, ja, aber viele Sachen würde ich heute natürlich nicht mehr machen, man muss einfach wachsen, ja, man lernt dazu, man wächst, absolut, ja, das ist richtig, okay, also das heißt, ich sollte ein Jahr ungefähr einplanen für das Ganze, aber es ist nicht so, dass ich in dem Jahr nichts verdiene, sondern ich fange wirklich dann nach ein paar Wochen, was ich nach ein, zwei Monaten, fange ich dann aber schon an, Geld zu verdienen, auf jeden Fall, klar, 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 ja, also ich sage wirklich, wenn einer jetzt ohne Erfahrung da noch nie was im Online-Business gemacht hat, aber sich einen Lernplan hält, dann wird er nach vier Wochen Umsätze schreiben, auf jeden Fall, Umsätze heißt jetzt in dem Fall ein paar hundert Euro im Monat oder schon ein paar tausend Euro? Also ich bin ein Fan vom High Ticket auch und wenn jemand kommt und sagt, pass auf, ich habe kein Kapital, dann sage ich, High Ticket ist der richtige Weg, um einfach deine 10.000 Euro im Monat zu verdienen und das glauben die meisten ja nicht, ja, das ist ja auch ganz wichtig, dass man ein richtiges Mindset hat, ja, du musst erst mal selbst dran glauben, dass es funktioniert, aber durch High Ticket ist es dann auch möglich, wirklich in den ersten Wochen, in den ersten zwei, drei Monate halt 10.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, ja. Okay, aber High Ticket heißt ja, dass ich ein sehr hochpreisiges Produkt verkaufe, oder? Genau und das erklären wir auch alles, ja, also von, da geht es Richtung Affiliate Business, wie gesagt, also wenn jemand schnell Kapital erwirtschaften muss, weil er eigentlich ein Dropshipping Business starten möchte oder Amazon FBA, dann zeigen wir halt den Leuten, wie sie mit High Ticket Affiliate Business schnell Kapital erwirtschaften, beziehungsweise über die Marketingagentur. Ah, okay. Okay, cool, also hört sich alles, ja, ich würde sagen, sehr durchdacht an, aber ich meine, ich habe auch ehrlich gesagt nichts anderes von dir erwartet, dass das Ding wirklich super rund ist. Ja, so ist es. Top. Chris, also die, um das mit der Ausbildung noch kurz abzuschließen noch, wo finden wir Dinge, wenn jetzt jemand sagt von wegen, oh, mit der Ausbildung, das hört sich jetzt interessant an, hast du da einen Link für uns, den wir in die Show Notes packen konnten? Ja, das war jetzt nicht geplant, aber ich kann dir auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall was weiterleiten und das kannst du reinpacken, ja. Ja. Okay, cool. Vor allem einfach mal nicht ein Link, wo jetzt da man so wo man was verkauft bekommt, sondern ich ich persönlich bin der Meinung, dass nicht jeder sich dafür, also nicht jeder dafür perfekt ist oder das der richtige Weg ist und was ich auch jedem sage ist, hey, pass auf, du brauchst einen Gameplan. Die Frage ist, wo stehst du heute, wo möchtest du hin? Du brauchst einen Gameplan. Mal gucken, kannst du überhaupt jetzt mit Dropshipping oder Online Business deine Ziele erreichen? Ja, lass uns da einfach mal so ein Strategiegespräch haben und einen Gameplan gemeinsam ausarbeiten, um am Ende zu entscheiden, ob das überhaupt was für dich ist, ja. Und, ähm, und so, so gehen wir auch mit jedem Kandidat vor, der zu uns kommt und sagt, ah, ich möchte erfolgreich werden und mit euch zusammenarbeiten und, und, und. Da haben wir erstmal ein Gespräch und gucken, okay, wo stehst du heute, wo möchtest du hin, was sind deine Stärken, Stärken, Schwächen und, ähm, passt es überhaupt, ja. Also, aber ich, was kostet nicht so ein Gespräch? Gar nichts. So ein Gespräch kostet gar nichts. Ah, wow. Okay, cool. Mhm. Ja. Das hört sich auch schon mal sehr geil an. Also, ich, ich, ich leite dir das einfach weiter und falls sie einer deiner Zuhörer sagt, hey, weißt du was, das interessiert mich, da möchte ich ja unbedingt mal die Jungs kennenlernen und dabei sein und einfach mal so ein, so ein Strategiegespräch, äh, durchführen und dann, ähm, gibt es die Möglichkeit, ja, ich leite das weiter, dann packst du es in den Shownotes und, äh, man kann sich dazu eintragen. Okay, sehr cool. Dank dir dafür. Chris, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe steht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten, okay? Okay. Hey, los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Äh, nichts. Bin sehr früh Unternehmer geworden. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Ähm, mich auf meine Stärken zu konzentrieren. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Meine größte Stärke ist im, ähm, einfach, wenn es, wenn es, wenn es, wenn es hat und schwer wird, nicht die Nerven zu schmeißen, sondern im kühnen Kopf zu bewahren. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Ähm, ich, ähm, lasse mich halt sehr leicht von, von, von coolen Sachen überzeugen. Ja. Wie, oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Boah, am besten beeindrucken? Ähm, ich lege sehr viel Wert auf, auf Ehrlichkeit, Loyalität und vor allem, äh, äh, Fleiß, ja, wenn einer fleißig ist, egal, egal, ob der nicht viel drauf hat, aber bereit ist zu lernen, das, das schätze ich sehr und, äh, und damit kann man mich beeindrucken, ja. Was war der wichtigste Schritt, was, was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Der wichtigste Schritt, einfach, äh, nicht auf die anderen zu hören, die gemeint haben, dass ich es niemals schaffen werde. Mit welcher Person, egal ob Leben, Tod oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Oh, äh, mit Arno Schwarzenegger. Mit, mit ihm will ich mal, äh, ein Gespräch führen. Und ich würde ihn ganz viele Sachen fragen. Also, zum, zum Unternehmertum und Leadership und, ja, es, äh, ich mag ihn. Absolut. Und der ist, äh, ein ganz besonderer, was der da schon alles gemacht hat, ja. Genau. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Freiheit. Und, ähm, ja, Erfolg bedeutet für mich Freiheit. Heute fühle ich mich, fühle ich mich, fühle ich mich frei und, und, ähm, ich bin super beschäftigt als Unternehmer, aber es macht alles irrsinnig viel Spaß und, und, ähm, ich kann mir dann doch dann die Zeit einteilen und, und frei sein und, und, viel Zeit mit meiner Familie verbringen, wenn, 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 äh, ich es möchte, ja. Also, es ist Freiheit, ja. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Naja, wir haben am Anfang über diese ganzen Awards, äh, geredet und, ähm, die, eigentlich die, sind die anerkanntesten Awards in der Online-Marketing-Welt, äh, von Clickfunnels und ich arbeite mit Clickfunnels. Ich liebe diese Software und, ähm, ja, so Clickfunnels würde ich jedem ans Herz legen, der, äh, da in dem Bereich was machen möchte, ja. Mhm. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als Letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Ähm, ähm, Oh, ich lese viele Bücher, aber zurzeit lese ich, äh, Building Your Business The Right Brain Way. Ähm, und, ja, es, es, es geht eigentlich darum, also, ähm, um, es ist für jeden, der, der aus, aus kreativer Arbeit, ähm, ähm, so Geld verdienen möchte und vor allem auch für Unternehmer, die auf der Suche sind nach, äh, äh, alternative Business-Modelle. Finde ich super spannend. und, äh, ja, es ist von Jennifer, Jennifer Lee, äh, äh, ist ein gutes Buch. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com slash audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probe-Abo runterladen. tomstalktime.com slash audiobooks. Als Letztes noch zwei persönliche Fragen. Die erste davon ist, was ist dein größter, bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Oh, mein größter Unerfüllter, ja, ich meine, ich habe ein, ein, Traum und ein Ziel im Leben, den ich auch gemeinsam so mit meiner Frau, jetzt, an dem wir arbeiten, und es geht halt um ein Charity-Projekt, denn wir schon arbeiten jetzt seit einiger Zeit in Rumänien und in Serbien, wo wir halt behinderte Kinder, die auch noch obendrauf weiße sind, also in weißen Häuser unterstützen. und ja, ja, am liebsten, also so mein Traum ist es, so viel, so viele, solche Häuser zu errichten, wie es nur geht, bis ans Lebensende, hoffe ich, dass ich da einen Impact hinterlassen kann, und ich möchte was zurückgeben, ich habe bei Null gestartet und ich möchte halt so viel zurückgeben, wie es nur geht und ich will auch, dass meine Kinder das lernen und dass sie Sachen nicht für selbstverständlich sehen und ich werde sie auch sehr früh damit einbinden und das ist, glaube ich, so ein Ziel, den ich niemals erreichen werde mit unserem Charity-Projekt, weil es einfach groß ist und es ist gut so, ich will es, ja, also, wir bleiben dran und werden größer und stärker, aber einfach der ganzen Welt zu helfen, es wird ein bisschen schwer. Das ist allerdings richtig, ja, aber es ist ein sehr, sehr cooles Projekt und ich drücke dir da ganz, ganz fest die Daumen, dass du da einen unheimlichen Impact hinterlassen wirst, aber auch da bin ich mir völlig sicher und ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Zeit, also, da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass das nicht klappen sollte, also, das wirst du auf jeden Fall. Ja. Zum Abschluss fürs Interview noch die letzte Frage, welche drei Tipps würdest du deinem 18 oder 20 Jahre altem ich mit auf dem Weg geben und warum genau diese Tipps? Ja, also, wie ich schon vorhin in unserer Blitzrunde gesagt habe, also, dem 18-jährigen Christian würde ich sagen, hör nicht auf die anderen, die behaupten, du wirst es nicht schaffen, konzentrier dich auf deine Stärken und hör auf, deine Schwächen da, und deine Schwächen zu arbeiten und puh, was würde ich mir sonst noch mit auf den Weg geben? Ja, also, die zwei Sachen super wichtig und jetzt weiß ich nicht, dranbleiben. Wenn man die zwei Sachen schon mal umsetzt, da hat man, glaube ich, auch schon mal einiges dann richtig gemacht. Ja, das ist ganz wichtig, ja. Ja, Chris, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören und deine Story, wie gesagt, beim ersten Interview, jetzt bei dem Interview, es ist einfach mega, was du für einen Erfolgsweg hingelegt hast, wie sehr du auch dabei auf dem Boden geblieben bist, von der menschlichen Seite halt auch, weil es gibt ja auch genügend, denen der Erfolg dann ziemlich zu Kopf steigt und ich meine, du und Alexa, wir haben euch ja auch in Wien besucht und ihr seid sowas von natürlich auf dem Boden gebliebenen Menschen, also es ist wirklich echt toll, dich auch jetzt ein zweites Mal nochmal hier im Podcast zu haben und auch euch als Freunde zu haben, also sehr, sehr geil, es macht echt Spaß und ich bin echt noch gespannt auf alles Weitere, was da kommt. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich erfahren können. Erstmal vielen lieben Dank, Thomas, ich kann das nur zurückgeben und ja, wir haben uns ja mega gefreut, euch bei uns in Wien zu haben und es ist super cool, was für eine Freundschaft entstanden ist und ich hoffe, dass wir uns bald in Vegas treffen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, was gebe ich deinen Zuhörern noch mit auf den Weg? Also ganz, ganz wichtig, egal in welcher Lebenslage du dich heute befindest. Ich bin davon überzeugt, dass du viel mehr kannst und viel mehr bist als das, was du heute im Spiegel siehst und das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage es deswegen, denn ich habe mich ja natürlich als Kind einer Flüchtlingsfamilie ohne nichts zu haben in einem fremden Land und dann waren wir auch noch in so einem kleinen Dorf, wo wir die einzige Ausländerfamilie gewesen sind, habe ich mich immer ja von den anderen so ein bisschen beeinflussen lassen, als sie gesagt haben, ah, aus dem wird ja nie was, was soll der schon, der kann die Sprache nicht, der kann das nicht, der kann das nicht und bis ich dann eine Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, nein, weißt du was, ich werde es, ich habe dann viele Biografien gelesen und weiß, dass 85 Prozent alle erfolgreichen Menschen, Millionäre, Milliardäre sind self-made, das heißt, die sind von Null gekommen und haben, und nur 15 Prozent haben ihr Vermögen weiter vererbt bekommen, das heißt, du kannst das, du kannst, du kannst alles schaffen, wirklich alles, was du dir in den Kopf setzt, wenn du meine Geschichte jetzt gehört hast und wo ich heute stehe und wo ich gestattet bin, dann kann ich dir garantieren, dass du alles schaffen kannst, wenn du bereit bist, einfach das, was du im Spiegel siehst, es verbirgt sich da viel mehr dahinter und bleibe einfach dran, glaube an dich, lass nicht zu, dass die anderen dich davon abhalten, halte ganz fest an deinem Traum und setze es um, Plan B funktioniert nicht, Plan B gibt es gar nicht, damit Plan A funktionieren kann, zieh das Ding durch und ja, also, ich, das, ich will euch einfach alle ermutigen, die heute mit dem Gedanken spielen, ihr hört diesen Podcast und Tom liefert da hervorragende Arbeit und liefert so viel Content und du hast sicher viele Folgen gehört, super coole Leute, die hier interviewt wurden und du stehst heute immer noch da und denkst dir, boah, ich traue mich nicht und ich weiß es nicht, mach es einfach, mach es einfach, zieh es durch, ich glaube an dich und du wirst es schaffen, hundertprozentig, wenn du Arme und Beine hast und Ohren und Augen und du kannst reden, dann hast du alles, was du brauchst und wenn du dir einen Nick Vujicic anschaust, der ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen ist und der Millionen Menschen inspiriert, ja, dann weißt du, dass du alles schaffen kannst, ja, das sind so Vorbilder für mich, wo ich mir denke, meine Güte, hey, ich bin so gesegnet auf diese Welt gekommen, ja, und schau, was ich geschafft habe, gar nichts, wenn ich mir einen Nick Vujicic anschaue, dann schäme ich mich richtig für das, was ich bis jetzt vorangebracht habe, also, ey, warum solltest du nicht der nächste Elon Musk werden, warum, warum nicht, ja, warum nicht, also, ja, ich will euch einfach nur ermutigen, genau, so ist das, ja, zieh das durch, glaub an dich und zieh es durch. Sehr cool, danke dir nochmal für die Ermutigung hier auch nochmal zum Schluss. Wo erfahren wir noch mehr über dich? Was verlinken wir in die Shownotes? Ja, also einmal, was wir auch vorhin besprochen haben, da werde ich dir auf jeden Fall mal einen Link zukommen lassen, wo wir für deine Zuhörer extra eine Leitung freigeben werden für diejenigen, die sagen, okay, gut, ich möchte da ja einfach persönlich mit den Jungs mal sprechen, ja, mit mir, mit einem aus meinem Team und sonst, ja, Social Media und, ja, Genta, genta.com, das ist meine, meine Webseite, die muss ja auch wieder mal aktualisiert werden und, sonst, wie gesagt, also ich schicke dir einfach einen Link und den packst du hier rein und ich freue mich, ich freue mich auf jeden Zuhörer, der, der sich bei uns melden wird, ja. Perfekt, super. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalkdown.com finden kannst. Gib einfach die Episode Nummer 547 oder den Namen Christian Genta in das Suchfeld ein und du kommst dann sofort hier auf die passende Seite zu unserem Interview. Ich kann dich auch wirklich nur ermutigen, genau das, was Chris gerade gesagt hat, glaub einfach an dich und komm auf die Seite, schau dir das an, was wir hier reinposten in die Shownotes und mein Tipp ist wirklich, schnapp dir das Telefon und ruf den Chris beziehungsweise sein Team an und mach einfach mal so ein, wie der Chris das gerade genannt hat, so einen kleinen Gameplan, dass du einfach weißt, wo stehe ich momentan, wo will ich hin, wie realistisch ist das, dass ich da hinkam. Ich glaube, da hast du genau die richtigen Leute an der Hand, die dir, und so wie ich den Chris kenne, auch das sehr ehrlich und offen sagen, das heißt, auch wenn es vielleicht was Negatives ist, das heißt, vergiss es, so wird das nichts, wenn die Jungs, die das garantiert auch ganz klar sagen, aber die wahrscheinlich auch direkt einen Lösungsweg aufzeigen, wie es denn trotzdem funktionieren kann. Chris, bei dir nochmal vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns zum zweiten Mal hier dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ich danke dir, ich danke euch, allen, die jetzt zugehört haben und ja, es hat wieder mal mega, mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was mit auf den Weg geben und alles, alles Liebe. Danke dir, Tom. Absolut. Danke, dass du hier warst und grüße an Alexa von uns. Mache ich, danke. Bis dann, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du Angestellter und hast es satt, für andere zu arbeiten? Dann zeige ich dir, wie du in sechs Monaten deinen Chef feuern und den Montagmorgen wieder genießen kannst. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule zu meinem kostenlosen Training an. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast richtig gutes Geld verdienen kannst. Podcastmeisterschule.com Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao. Dein Tom.